Hallo und guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Franziska. Ich bin 59 Jahre alt und wohne in einem Klebeheim, sprich Seniorenzentrum, seit ca. 9 Jahren, aufgrund meiner chronifizierten Anorexie. Ich bin jetzt gerade am Pinsel aufwaschen, ich habe mich gerade geschminkt, fertig gemacht und heute beginne ich mein neues Video von dieser Woche. Ich begrüsse euch ganz herzlich und wünsche euch einen schönen Wochenstart. Es ist Montag, heute ist der 6. November, Schwägerin hat Geburtstag, das weiss ich. Und das Thema von diesem Video ist, warum habe ich Anorexie? Was gibt es für Gründe, dass ich eine Anorexie entwickle? Was gibt es für Faktoren für eine Anorexie? Ich mache jetzt noch schnell meine Pinsel fertig und mache mich noch parat und dann werden wir stoppen. Wenn dich dieses Thema interessiert, dann kannst du dranbleiben. Ich wäre auch noch froh, wenn du mich abonnieren würdest. Das würde mich sehr freuen. Und dann starten wir los. Danke. Ich habe mir gedacht, wir gehen zur Bibliothek und schauen, was für Faktoren über die Anorexie, die Entstehung einer Anorexie in den Büchern geschrieben steht. Ich freue mich. Bis später. So, dann gehen wir jetzt los in die Stadt, zur Stadtbibliothek und schauen weiter. Ich hoffe, ich kann dann sprechen, weil ich hoffe, ich kann sprechen, weil ich weiss ja noch nicht, ob es Leute hat oder nicht. Wir sehen es. Ich hoffe, wir sehen es. Jetzt können wir gerade in den Licht rein. Es geht ja ruck, zuck, zack, zack. Ich melde mich dann bei der Bibliothek wieder. Bis später. Okay, wir sind jetzt hier und ich suche jetzt das Buch, das wir suchen. Schaut mal her. Ich bin jetzt mal am Suchen und dann schauen wir weiter. Ich melde mich dann wieder, wenn ich es gefunden habe. Ich habe mal etwas gefunden. Ich lese da mal allgemeines Störungsmodell, Veranlagung, niedriges Selbstwertgefühl, Wunsch nach Gewichtsabnahme, Perfektionismus, Schönheitsideal, Probleme beim Umgang mit Gefühlen, Wunsch nach Stressabbau, Ablenkung, Konflikte, Angst, das ist dann, wenn man schon drin ist, vor Gewichtszunahme, Risikofaktoren, genetische Faktoren, weibliches Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, frühkindliche Gesundheitsprobleme, Verdauungsprobleme, Adoleszenz, früher Pubertätsbeginn, übermässige Beschäftigung mit Figur und Gewicht, Durchführen von Diäten, Depressive Symptome, negativer Selbstwert, häufiger Vergleich der eigenen Zukunftsperspektive mit anderen, hohes Mass an sportlicher Betätigung, Zwangsstörungen, Körperdysmorphiestörungen, stärkere Belastung durch persönliche, umgebungs- und diätbezogene Risikobereiche, negative Selbstbewertung, Perfektionismus. Dann gibt es genetische Faktoren, das hatten wir schon gehabt, frühkindheitliche Gesundheitsprobleme, das hatte ich ja auch, höheres Gewicht, von den Eltern als übergewichtig wahrgenommen werden, Angst, Depression, sexueller Missbrauch, körperliche Vernachlässigung, Schwierigkeiten beim Füttern in der Kindheit, das hatte ich auch, Überängstlichkeit in der Kindheit, das hatte ich auch, Übergewicht in der Kindheit, frühe Pubertätbeginn, das steht schon wieder, hier steht das schon wieder, übermässige Beschäftigung mit der eigenen Figur, mit dem eigenen Gewicht, Durchführung von Diäten, niedriges Selbstwertgefühl, das kommt immer wieder, psychiatrische Morbidität, negative Affektivität, Depressionen, soziale Probleme, es gibt Unmengen an Faktoren, mangelnde soziale Unterstützung, gefühlt unzureichende Wahrnehmung oder Zuneigung zu den Eltern, das kenne ich auch, höheres Mass an Schüchternheit, es gibt verschiedene, was ich auch noch gelesen habe, dass die erste Dokumentation über Anorexie bereits im 17. Jahrhundert dokumentiert wurde, und neu ist es auch so, dass sie die Diagnostikkriterien anders setzen wie früher. Früher war zum Beispiel der BMI bei 17,5. Die Grenze zur Anorexie, was heute jetzt der BMI 18,5 ist, sie haben ihn eine Stufe höher gesetzt und auch die Körperwahrnehmungsstörung ist mit Probanden im Normalgewicht und Probanden mit Anorexie oder Essproblemen auch gleichbedeutend. Also sie können sich gleich einschätzen oder gleich gut oder gleich schlecht einschätzen. Das haben sie auch relativiert. Also das ist nicht mehr im Zentrum oder steht nicht mehr in den Kriterien drin. Ich habe jetzt ein paar Sachen aus diesem Buch rausgelesen. Da sieht man jetzt Spiegelverkehrt, Anorexie und Polymine Nerviosa von Jacobi Thiel, Feindner. Was immer wieder vorkommt, ist das niedrige Selbstwertgefühl und traumatische Erlebnisse. Das ist jetzt weniger gekommen, aber das spielt natürlich auch eine große Rolle. Der Missbrauch, dass man missbraucht wird in der Kindheit oder auch später immer wieder ausgenutzt. Die Angst, das kenne ich gut und Probleme, psychische Probleme. Das ist, was ich jetzt da sehe, was mich sehr, also die Angst und das habe ich jetzt vergessen, ich müsste es wieder nachschauen, aber ich habe sie aufgenommen. Ich hoffe, ihr konntet etwas daraus nehmen. Es ist ein bisschen geschrieben, es hat zu viel. Ich bin ein bisschen überfordert, muss ich jetzt sagen. Ich bin ein bisschen überfordert. Was steht denn hier noch drin? Da kommen dann mehr Behandlungen. Das werden wir dann auch noch durchnehmen. Ja, da hat es Diagnostikkriterien. Das sind andere Sachen. Ursachen sind eher die, die ich jetzt gesprochen habe. Ich hoffe, es reicht euch. Es ist ausreichend, wenn mir noch etwas in den Sinn kommt, bevor es euch noch sagen. Ich habe noch etwas aufgeschrieben. Vielleicht steht da noch etwas, was ich noch vergessen habe zu erwähnen. Nicht geliebt fühlen, belastende Lebensereignisse, allgemeine Unzufriedenheit und natürlich die sozialen Medien, die habe ich vergessen, das steht jetzt da nicht drin. Die sozialen Medien sind auch einen grossen Faktor, wo man auch vorgeschrieben oder vorgezeigt bekommt die ganze Zeit, was ideal ist und was ist nicht ideal, was Schönheit ist und was ist nicht schön und auch untereinander, das Vergleichen untereinander und Gleichaltrigen. Dann kommt noch Modding dazu und Persönlichkeitsstörungen. Also wenn jemand auch Portalein hat, kann er auch eine Essstörung entwickeln. Zum Beispiel entsprechen wollen eines Schlunkheitsideals, das ist dann wieder in diesem Sektor von Sozialen Medien oder Germany, Next Top Models, die schreiben ja auch vor, wie man auszusehen hat und so weiter. Es gibt so viele Faktoren. Ich möchte jetzt noch nicht zu viel sprechen, weil es ist ja eine öffentliche Bibliothek und möchte hier einen Schlusspunkt machen. Ich werde diese Bücher wieder einordnen und dann gehen wir noch etwas in die Stadt. Ich hoffe, es hat euch etwas gebracht, ein bisschen einen Einblick in Faktoren, Ursachen, warum habe ich eine Essstörung. Ich hoffe, ihr konntet etwas daraus hervorziehen und ihr habt mich auch verstanden von der Lautstärke. Vielen Dank. So, nun bin ich wieder draußen, jetzt kann ich wieder lauter sprechen. Jetzt ist es mir wieder eingefallen, die Schüchternheit, dass man schüchtern ist. Als Kind, das war ich auch. Ich war ein sehr schüchternes Kind. Ich hatte einmal einen Unfall, da habe ich meine Oberlippe zerbissen. Ich musste das dann nähen und ich wurde dann auch gemobbt und wurde dadurch schüchtern. Ich war zuerst eher das Gegenteil und durch dieses Ereignis wurde ich dann schüchtern. Also das kann auch ein Kontinent sein. Und der Missbrauch aus dem Traumata, die frühkindlichen Störungen, Depressionen habe ich. Ich war viel alleine und ich habe oft auch Verantwortung übernommen. Und das sagt man, das ist auch ein Faktor, der mit zählt, dass man eine Anorexie bekommen könnte oder eine Essstörung. Ich habe viel Verantwortung übernommen, zu Hause, weil mein Mieter nicht da war oder ich auch selber Probleme hatte, hatte ich den Haushalt ein bisschen übernommen oder meine Geschwister betreut, solche Dinge. Und dann halte ich dann vor allem das Grammatische, was ich erlebt habe. Das ist eigentlich das und was ich dann noch erlebt habe, dass ich nicht das ausüben durfte, was ich gerne wollte. Ich wollte gerne musizieren und ich durfte dann nicht, ich durfte nicht meiner Musik nachgehen und musste Arbeiten machen, damit ich nicht der Musik nachgehen konnte. Ich wurde missbraucht und ausgenutzt, bis mir den Schnuller sozusagen aus dem Hund gespuckt habe und dann nicht mehr gegessen habe. Das sind so meine Faktoren gewesen. Jetzt gehen wir noch wieder nach Hause. Das ist ja doof. An einem solchen Ort. Es hat sehr viel Literatur gehabt, aber ich habe mich zu wenig vorbereitet. Ich hätte viel früher dorthin gehen sollen und mich richtig vorbereiten. Ich werde das für ein anderes Video dann besser machen. Das verspreche ich euch, dass ich mich besser vorbereite für Behandlung, die VPL-Handlung. Ich möchte einen Vergleich ziehen, Behandlungen heute, Behandlungen früher. Wie war das damals? Wie ist es heute? Dass ich einen Vergleich ziehen kann und euch erzählen kann, wenn es euch interessiert. Ihr dürft es mir gerne in die Kommentare schreiben. Auch wenn euch jetzt das nicht so gefallen hat, ihr dürft es mir in die Kommentare schreiben. Und wenn es euch etwas gebracht hat, dann wäre ich froh. Das würde mich freuen. Ich bin selber ein bisschen überrumpelt von mir selber. Ich habe es mir anders vorgestellt. Trotzdem war es schön, der Ausflug. Jetzt macht es zu. Ich glaube, es kommt Regnen. Gehen wir schnell nach Hause, damit wir nicht loswerden. Bis später. Ich melde mich zu Hause. Danke. Jetzt habe ich gerade noch eine liebe Freundin getroffen. Eine so liebe Freundin. Sie hat auch ein Mantolet. Ja, das Börse verbringt und ist seit Jahren. Sie ist so ein herzensguter Mensch und ich habe mich so gefreut, sie zu sehen. Lieber Pruss an dich. Du weisst mehr, wir haben uns vor dem Mahl getroffen. Ich wünsche dir zu. Ich freue mich so. Jetzt geht es nach Hause und dann schauen wir, ob es etwas aufgenommen hat oder nicht. Ich bin ganz gespannt. Drücken wir hier die Türe auf. Ich darf nicht zu lange sprechen, sonst ist es wieder zu lange. Ich melde mich später. Ich wollte das nur schnell sagen. Bis später. Der Ausflug ist zu Ende. Ich bin wieder zu Hause. Gut angekommen. Ich wurde nicht verregelt. Es hat mir Spass gemacht. Einzig, die Lautstärke ist schon sehr, sehr leise. Ich hoffe, ihr konntet es verstehen. Ihr konntet mich verstehen. Sonst müsst ihr einfach ganz auf laut stellen in dieser Bibliothek, in dieser Szene von der Bibliothek. Und nun wünsche ich euch noch einen guten Rest der Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre ich froh um ein Like und um einen Kommentar, den ihr unten hinschreiben könnt. Ich werde ihn beantworten, sofern YouTube mir das zulässt. Und nicht wieder streikt und mir nicht alle Kommentare lässt zum Beantworten. Das ist unmöglich für mich. Und es tut mir auch sehr leid. Ich danke auch, dass es mir so gut geht, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich nicht irgendwo in einem Katastrophengebiet lebe. Ich bedenke alle diesen Menschen und bete für sie und habe sie in meinem Herzen. Und ja, was bleibt mir alles üblich, als euch zu danken. Und wenn ihr mich noch abonnieren möchtet, es ist gratis, dürft ihr das auch noch machen. Ich sage Tschüss und gebe euch eine grosse Umarmung und wünsche euch alles, alles Liebe. Eure Franziska. Tschüss, bis zur nächsten Woche. Übrigens, das Thema, es wird einfach der Alltag sein. Ich werde mal den Alltag wieder und dann irgendetwas einbauen. Lassen wir uns überraschen, was es sein wird. Ich kann es noch nicht sagen. Ich bin jetzt noch überwältigt von dem Ausflug. Es hat mir gut getan. Es wird ein schönes Video. Ich hoffe, es wird ein schönes Video. Ich danke euch. Tschüss nochmals. Tschüss. Danke.